Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. OpenAI hat ChatGPT mit einer Million Stunden YouTube-Videos trainiert, mögliche Urheberrechtsverletzungen. Bericht ChatGPT nun noch mächtiger mit Training an einer Million Stunden YouTube-Videos. Bericht ChatGPT nun noch mächtiger mit Training an einer Million Stunden YouTube-Videos. Laut neuesten Berichten wurde das Modell ChatGPT von OpenAI auf einer beeindruckenden Datenmenge von über einer Million Stunden YouTube-Videos trainiert. Dieses umfangreiche Training ermöglicht es dem KI-gestützten Chatbot, ein breiteres Verständnis für menschliche Kommunikation, Kontext und emotionale Nuancen zu entwickeln. Anfangs wurde ChatGPT anhand einer Vielzahl von Büchern und Websites im Internet trainiert, um menschenähnliche Texte zu erzeugen. Nun hat OpenAI die Trainingsmethoden deutlich erweitert. Mit der Hilfe von YouTube-Videos konnte ChatGPT nicht nur menschliche Texte zu interpretieren lernen, sondern auch Kontextinformationen aus Tonfall, Körpersprache und anderen visuellen Hinweisen erhalten. Durch diese Erweiterung seiner Fähigkeiten kann ChatGPT nun anspruchsvollere Texte erzeugen, die ein besseres Verständnis für den menschlichen Kontext zeigen. Dies hilft dem Modell dabei, auf eine Art und Weise zu interagieren, die wir als menschlich empfinden würden. Das Training anhand von YouTube-Videos bietet auch noch eine andere bedeutende Verbesserung, die Fähigkeit, mit visuellen Medien zu arbeiten. Darüber hinaus kann die KI nun Videoinhalte interpretieren und analysieren, was erheblich zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten beiträgt. Das intensive Training von ChatGPT ist ein Beispiel dafür, wie KI-Technologien sich weiterentwickeln und zunehmend komplexer werden, indem sie menschliches Verhalten, Sprache und Emotionen besser verstehen und replizieren können. Es wird erwartet, dass die Verbesserungen bei ChatGPT zu einer noch realistischeren und menschenähnlicheren Interaktion führen werden und die Nutzererfahrung erheblich verbessern werden. Sicherlich ist dies ein bedeutender Schritt in der Evolution der KI und ein Beweis dafür, dass die Möglichkeiten zur Verbesserung der KI-Leistung noch lange nicht ausgeschöpft sind. Quellen OpenAI Blog, TechCrunch, The Verge, Forbes Autor Anita Farke, Sonntag, 7. April 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017